Leute, ich habe eine schlechte Nachricht. Das ist wahrscheinlich das letzte YouTube-Video, das ich jemals hochladen werde. Ich habe einfach keinen Bock mehr, es macht einfach gar keinen Spaß mehr. Und ja, ich weiß nicht. Ich sehe da einfach keinen Sinn mehr hinter. Deswegen... Psych! I got him! Yo Leute, was geht? Ich bin hier gerade. Sapo ist gerade bei mir zu Hause. Ich wollte euch einmal ganz kurz meine Roomtour zeigen. Ganz kurz. Deswegen hier ist meine kurz kleine Küche. Sapo war gerade eben bei mir kurz auf Toilette. Erzähl mal ganz kurz. Warte, ich muss kurz Lichter machen. Ich sollte am besten den Leuten sagen, wie ich die Wohnung so finde. Ja, wie findest du die Wohnung? Sei ehrlich. Skala 1 bis 10. Wahrscheinlich. Perfekt. Danke. Yo, Joey. Oh, was für type Frauen schießt. Sei mal ehrlich. Also, es gibt zwei wichtige Kriterien, Leute. Zwei wichtige Kriterien. Okay. Sie darf nicht hässlich sein. Muss jetzt auch nicht übertrieben hübsch sein, ne? Aber er darf halt... Hey, aber ist nicht Gesicht das Wichtigste? Sei ehrlich. Leute, Gesicht ist nicht das Wichtigste. Sie muss den Boudi haben, wisst ihr? Die darf nicht so sein. Weil das ist das... Damn, okay. Die hört doch nicht an. Okay, die darf nicht zerbrechen, wenn du die so... Ja, man. Das war, man. Das war, man. Das war, man. Hier. Boah, diese Jacke ist... Einer meiner Favoriten Boston Celtics. War von noch von meinen NBA All-Star Games. Ähm, dann... Ich bin ziemlicher Otaku, bin ich ganz ehrlich. Also, ich bin Fan von so Anime Shit und so. Hier ist mein freshest Bett. Und ja, Sappo. Darf ich noch fragen, wie... Wie findest du denn mein Home? Hier, mein bester Freund mit seiner Schwester. Und... Und da? Ja, da war auch mein bester Freund. Hinter meinem Kölner Dom. Mit... Einer guten anderen guten Freund von mir. Ne, Sappo. Ah, ja. Und... Was ist hier mit? Das war... Wo Sappo und Davidov draufsteht? Ja, das sind meine beiden Bros. Die haben mir das geschenkt. Ja. Vor dem Trip nach Riafa. Ah, ja. Okay. Okay. Hey, Bro, komm. Ich muss noch ein paar Sachen holen bei Rewe. Für meine Mama. Rewe, mach dich so. Bruder, hier steht doch. Bei Rot musst du stehen bleiben. Chill, Bruder. Das wird gleich grün. Das wird gleich grün, Bruder. Ey, Bro, was machst du da? Bruder, die haben noch eine Reaktion zu gehen. Ja, Bruder. Du bist so dumm. Aber Bruder, du darfst jetzt schon probieren. Weißt, was ich mein? Ich probier jetzt erst mal. Jetzt einmal. Ganz kurz. Weißt du? Ja, Bruder. Schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Ah, hier bist du, Julien. Du warst einfach mal weg. Zeig mal deinen Go-To-Move. Du warst einfach mal weg, Ebel. Wo warst du? Ah, du willst mein Go-To-Move? The way I just disappeared? Ja. Of course. Es ist einfach so. Schau auf das Fußwerk. Es ist einfach ein bisschen handig. Und du bist weg. Du bist einfach weg. Du bist einfach weg. Okay. Julien. Ah, hier wir gehen wieder. Ja, Leute. Das war's mit meiner Roomtour. So, nochmal ganz schnell hier. Zack, zack, zack. Zappo ist immer ein bisschen neidig auf meine Wohnung. Du hast auch noch richtig cool hier. Äh, mach mal das Licht aus. Ja, ja, genau. Das sind meine Special Effects. Guckt mal. Gönnt euch das mal. Einfach zum Beiden. Deswegen kommt Zappo auch immer nur bei mir vorbei. Genau, ne? Und dann für die Leute, ne? Also jetzt, wer Epilepsie hat oder so, bitte abscheinchen. Deswegen machen wir auch immer das hier oder so. Also ich mach das. Ich mach das immer, ne? Ja, genau, genau. So chillt immer Arme. Ihr kennt meine Wohnung von meinen Vlogs. Von meinen Videos. Deswegen. Das war's für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, ich hab leider wieder vergessen ein Auto zu drehen. Deswegen, ähm, bitte vergesst nicht zu abonnieren. Äh, like das Video und äh, folgt mir auf Instagram. Ey, 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 ey. Was? Bro. Dein letzter Vlog vor sechs Monaten. Ja. Dein davoriges Video. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich hab dir sogar einen folgt. So inaktiv bist du. Ey, chill doch, alter Arme. Und dann soll die, die auf Instagram folgen und deinen YouTube-Kanal liken. Gib mir die Kamera. Was denn? Gib mir die Kamera. Bro, du machst jetzt mit dem Tennisball. Gegen den Tisch. Gegen die Wand. Und dann in den Mülleimer. Let's go. Aber dann krieg ich ein Abo. Alter, folge ich dir wieder zurück. Okay, okay, okay. Let's try. Damn, let's go. Ey, alter, pass doch auf, man. Bro, wie ist das? Ah, supple, bro. Sorry, my bad. Tut mir echt leid.